Willkommen zu der For-Onal-Stream. Oh, wie geht es? Das Sabi ist die Nationalgericht in Samurai-Land. Ja. 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 Corona-Torica Final Fantasy. Bushido ist der Weg des Kriegers. Oh. Und heute... Jetzt spielen For-Onal. For-Onal. Nicht zu verwechseln mit dem Bon-Jura-Onal. Ah, jetzt hast du den Gag vorweggenommen. Du musst das eigentlich so einblenden. Einfach vor. Also eine 4 und dann Honor und... Okay, ist egal. Ich kann auch das Left for Decebo nehmen. Dann so Left und dann For-Onal. Left for-Onal. Aha. Aha. Und dann schickst du das Mäntel. Genau. Ja, so. Wir spielen For-Onal. P-E-L versus P-E-L. 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 Get ready. P-E-L. 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 Der Familie Miseratinen Samurai. Ja, wir sind wirken all unsere Feinde. Willi sind Topfelle Klingel! Topfelle Klingel mit Schalfell Klingel. Mit Schalfell Klingel. Ich habe aber nur eine Lanze. Aber mit Klingel vorne der Damm befestigt. Gibt es bestimmt noch irgendeinen schlauen japanischen Begriff dafür. Lanze mit Klingel. Genau. Stock mit Klingel vorn dran. Stirne wir die Feinde. Ich gehe a. Ich gehe a. Ich gehe a. Ich gehe a, Junge. Ich gehe a. Ey, warum gehen die alle a? Ja, siehst du, jetzt haben wir C verloren. Super, danke Team. Ja, ehrlich mal, gleich mal Flame und Shit. Du bist ein Klingel. Du bist ein Klingel. Gleich gleich, uh, journalists. Vielen Dank. Die Vikingelze slam dunken. Sie haben keine Ehre. Trammer. Ihr Credo verraten. denn ich gehe aus immer kommt heute auch ein erl kommt zu alt hoch ist unsere Verbündeten sie kämpfen auf eine Plattform um ihnen zu helfen und so steht es in meinem Kaledor da ich bin gerade echt zu doof das ist wieder reinkommen hier er das ist alle wo der feindliche bei bei ist auf der Lasse aus gegnerlich gegnerlich so bei bei Willkommen zu der Reisfield, motherfucker! Ich habe ihn bezwungen. Mit vereinten Kräften. Jetzt fahr! Na endlich! Boah, das war jetzt ein ganz schön langes Duell, du. Ja, geh doch mal aus der A. So. Aber Punkt B. Die Feindlichen Vasallen. Ra! Reitsch! Und hopp! Und einen links und einen rechts und einen links. Und ein Päh! Und ein Bänk! Voll in die Fresse! Haha! Immer schöne Zustechen. Ein so gut! So, jetzt äh. Wir haben in Alpha verloren. Wie? Wir haben da gerade, ich habe gerade C eingenommen. No. Da geh ich halt nochmal hin. Oh, okay, das sind zwei. Ne, da geh ich dann doch nicht hin. La, la, la. Da geh ich mal zurück zu A. Okay, A wird schon wieder zurück. Aber das ist gut. Dann habe ich mal ein paar Minions hier oben bei B. Ich bin im Kampf gefallen. Oh, die ist hier, Wadduos. Meine Elle ist verletzt. Deine Elle? Aber ein Teamkamerad hat mich wiederbelebt. Danke. Hier ist aufs Sack. Möge die M17 mit dir sein. Aber mit Scharf. Mit Scharf! M17 mit Starf! M17 mit Starf! Aber war ich nur meine Ultima-D parwärtsen. M17 ohne Starf! Ist dort. Dankeschön! M17 mit Starf! King und Karab. Zum Mitnehmen oder zu vielleicht sind. Haha! Hey, hey, wer hat mich da gehauen? Du warst da, du hast mich gehauen, Junge. Namaste. Lass uns zu Punkt A gehen und unsere Erde wiederherstellen. Hier, hier ist ein Wikingel. Wikingel hat mich von Kante gestoßen. Böse Wikingel. Nur weil ich eine Frau bin. Ja, ja, es reicht in die Ecke schuppen, schon klar. Hast du jetzt mal platt gemacht, Junge? Ich habe ihn in einem ehrenvollen Duell besiegt. In einem ehrenvollen Duell auch von der Klippe gestoßen. Nein. Aber bei B. Du bist die Warriors. Du bist die Warriors, Sir. Arigato. Und nicht vergessen, Jungs. Immer schöne Zustechen. Dann eben doch den, dann kämpf ich gegen den Ritter. Der Ritter. Der Ritter. Der Ritter. Der Ritter. Der Ritter. Hat mich besiegt und nicht rechse. Funktioniert. Aber der Ritter rollt die ganze Zeit weg. Das ist ja voll gemein. Deine Ausdauer. Meine Ausdauer ist voll übel. Du musst dich erholen. Brüchte aus dem Kampf. Geht nicht. Der haut die ganze Zeit zu. Der Sonderlin. Wir verlieren. Punkt A. Unser Verbündeter ist im Kampf. Komm schon. Jawoll. Exegucion. Bam, 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 bam. Uh. Der ist schon Level. Level 3. Wir müssen nur noch unsere Stellung enthalten. Der Feind ist bezwungen. Was für die Kampfmoves von der No Bushi so lässig. So. Ich geh mal zu C. Ist da irgendwas? Lohnt sich das? Ich kämpfe gerade vor C und klicke ein bisschen aufs Mauern. Ich halte dir jetzt gleich Hilfe. Und du bist so... Keine Ausdauer. Okay. Wir nehmen den Punkt jetzt eh schon ein. Warte. Wir nehmen jetzt einfach so A weg. Ich fasse es nicht. Sattende. Da sind wir schon dran. Sattende. Unser Gegner. Wir haben keine Unterstützung mehr. Es wird Zeit. Den ganzen Ende ein Ende zu bereiten. Wo sind sie denn alle? AC? Zwei sind bei A. Ja. Okay. 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 So wird es nichts. So wird es nichts. Die K. Da hat mir Rauber. Da fände ich überhaupt auf. Bei einen in die Fresse gegeben. Du. Das war nicht mal mehr lustig. Nein. 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 Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Das sah aber mir nicht viel besser aus. Ich habe den dummen Fehler gemacht und ein Execution gedrückt, als er gerade neben mir stand. Das war irgendwie nicht so intelligent. Oh, sie haben uns eingeholt. Ah, wo ist's? Holter! Da sind wir im Satten Death, na super. Geh gleich mal wieder 2A. Wow, okay, ich geh vielleicht doch nicht 2A. Huh, Schwein gehabt, du. Oh, ich bin komplett umzingelt. Ach, das ist ja ein Hin und Her hier gerade. Richtig spannend. Ja, ich auch, deswegen versuche ich erst mal zu C zu rennen. Ja, okay, C wurde in Street abgenommen. Dann geh ich halt zu A. Ja. Oh, wo geht's denn hier schon wieder runter? Oh, die könnten hier ruhig ein bisschen mehr Leitern platzieren. Oh, ich bin gerade ein bisschen abzulenken und vielleicht... Oh, es sind was? Wie ist Ball im Satten Death? Oh, jetzt wird's eng. Ich hab kein Leben. Aber der Gegner ja auch nicht. So, einen hab ich gekillt. Bei Execution bin ich auch wieder geheilt. Jawoll. Und ich hab Heilung. Wo seid ihr denn dann? Ich hab Eigenheilung. Jetzt bekomm. Aber der ist bei C. Ja, das sehe ich. Dann guck ich mal zu A. Da müsste ja theoretisch auch einer sein. Wenn sie nicht... Ach ne, das ist der Letzte bei C. Ja, das ist der Letzte. Ja, dann wird's meine Aufgabe sein. Das Werk zu verbringen. Dass uns unser... ...Kommandant... ...vordern hat. Schwisch! Ja, Ott! 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 Mein Teamkommarant! Ott! Teamkill! Killsteam! Du hast mich... ...getötet! Warum? Du hast dich getötet? Ja, hast du! Cool, Teamkill und... ...Killsteam! Das war besser als das, was ich eigentlich geplant habe. Ich wollte eigentlich nur Killsteam. Onal! Onel! Hol Onel! Hol Onel! Gleich mit... Ne, okay. Ich geh zu A. Ich geh zu C. Ich bin mir sicher, dass so ein 2a der Feind erwarten wird. Oh ja. Oh, bei C sind zwei. Ah, ist ein Herr. Ja, okay. Ich bin, ich bin quasi schon tot. Wow, was? Wieso hat der mich auch noch... Was? Okay. Okay. Der, der, der... voll, voll gepanzerte Ritter ist schon irgendwie... ...ziemlich fies. Gut. Gut. Das war schon mal nichts. Okay. Zurück zu A. Auf. Auf. Doppelter Teamkill. Okay. Cool. Ich hab dir zwar meinen Kill geklaut, aber okay, das lass ich mal so durchgehen. So, zurück zu C. Bei C sind gerade zwei die Feinde. Ja. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Und Execution. Oh, ey! Störe meine Execution nicht. Wala. Ja, ja. Jetzt hat er wieder ab. Du hast dich verloren. Eine Güte. Schöne Treffe! Oh, jetzt kommt der Typ wieder mit... ...mit Tackled ein. was weiß ich hab doch die richtung geglaubt das war nix das war eigentlich ziemlich beschissen es kommt der bm im chat die 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 Ihr Spawn-Captain ist nicht, Dude. Ha! Abgestochen! Oh, die pushen aber hier ganz schön die Minions. Ja, ein bisschen aufräumen. Damit ist sie jetzt hier buchstäblich Sense. Ja, oder halt Lanze oder... Er ist aber ja schlecht im Schacht, Junge. Ah, Hilfe! Ah, verdammt! Der Typ, der uns gerade dissen wollte, weil wir nicht eins gegen eins kämpfen können, ja, hat sich auch gerade Hilfe geholt, also. Das ist immer so. So, komm. Ah, ist doch zu holen. Oh, wir haben B geholt. Wie denn das? So, A ruhen wir uns auch. Und B wieder verloren. Bis der Helfahrt des Kriegers schwächere Gegner haben zu Schlag denen. Ohne Glückssicht. So. Huh. Nausdauers alle. Das ist doof, aber... Ah, erobert. Sehr gut. Hey, wir müssen irgendwie, äh, C zurückholen. Sie sind alle in Disgrace. Ahm, Gott, er geht dich. Ohne... Ohnein. Ich bin nur umzingelt. Das war ja schon Drei-Zack Junge. Das sieht von aus wie ein Drei-Zack bei dir. Ja, der hat aber vier-Zacken. Uiuiui! Das war ein Vierzack! Ah, okay. WANZEI! Boah, was ist denn hier los? Wo sind denn alle? Autsch! Wow, okay. Der kam irgendwie ziemlich schnell. Von hinten. Von hinten! You captured Zonay! Ich hab das Gefühl, die sind einer mehr als wir. Hm. So nicht normal, ey. Okay. Okay. Junge, da kannst du mit einer Rache noch so oft gegen den Baumstamm schlagen. Okay. Ich hab das gelassen. Ich hab das gelassen. Ah, sehr gut. Sanothen, oder? You captured Zone C! You lost Zone A! Wow! Oh, man. Das hat ein Dev und der hat mich gerade da getötet, wo es hat ein Dev war. Das ist doof. Was? Was? Okay. Was war das? Wir waren doch einmal tot. Ja, der Gegner ist explodiert. Was? Und ich und der andere Typ sind dabei in die Luft gesprengt worden. Okay. Okay. Das hätte besser laufen können. Ja, irgendwie schon. Ja, das Spiel kriegt auf jeden Fall nur einen Stern von mir. Das fand ich jetzt nicht so gut. Also jetzt, nach dem Spiel würde ich definitiv sagen, lass die Finger von dem Spiel. Ja. Es ist definitiv rausgeschmissenes Geld. Es macht überhaupt keinen Spielspaß. Ja, auf gar keinen Fall. Also es ist echt total... Also vor allem ist es einfach überhaupt nicht gebalanced. Es ist echt schrecklich. Ja. Weil einfach... Orange gewinnt einfach immer. Habt ihr ja gesehen. Wirklich. Wenn ich euch was empfehlen kann, wenn ihr die Entscheidung habt, dann holt euch lieber Bad Reds. Ja. Bei Bad Reds, da hat man wenigsts Balancing mit dabei. Oder Abandoned Night. Ja. Oder holt euch ne Packung Bourns, die tut's auch. Ja, genau. Und trinkt ne Vita Cola. Eben. Gönnt euch ne richtige, schöne Ostpackung. Aber ja, das ist... Also man hat gesehen, das ist halt völlig egal, wie man irgendwie spielt, was du für einen Helden nimmst, was du für Items hast oder wie viele Spielstunden du auf dem und den Helden hast. Am Ende gewinnt Orange. Eben. Eben. Sieht man ja auch hier auf der Karte genau. Da? Da sieht man's. Orange. Überall Orange. Ja. Ja. Ja, also. Wenn ihr euch das Spiel holt, ne? Spielt Orange. Ja. Alles klar. In dem Sinne, haut da rein. Ja. 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 Ja.